Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Heute in einer 10 Minuten Pause beim Umsteigen in den Stuttgart Hauptbahnhof, die Frangiramme für die RAM-Fehle ist eingetroffen. Die ersten Tieflader wurden schon entladen. Schauen wir noch einmal auf die andere Seite. Zum Wochenende kommt dann ein ausführlicher Bericht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.